Und ich wollte irgendwann auch einmal einer der Spieler sein, die da einlaufen und einmal den Namen durch die Lautsprecher in der Halle hören. Hi, ich bin Luis Ficke, bin 25 Jahre alt und bin Basketballprofi bei den Jobstairs Gleason 46. Mein Traumjob war immer Basketballprofi zu sein. Als der Traum wahr geworden ist, habe ich trotzdem nicht aufgehört damit und habe immer noch sehr, sehr viele Ambitionen. Ich möchte mein Potenzial da komplett entfalten und da sehe ich mich in drei Jahren. Ich möchte mein Potenzial da komplett entfalten und da sehe ich mich in drei Jahren.